In dieser Klasse werden wir sehen, wie Polylinien, Regionen und Volumenkörper in Netzobjekte konvertiert werden. Wir werden auch die Glättung und Verfeinerung von Strickwaren machen. Öffnen Sie die verfügbare Datei und lassen Sie uns loslegen. Zuerst sehen wir den Befehl MeshSmooth, ausgelöst in der Registerkarte Mesh, das Mesh-Panel, das 3D-Objekte, Regionen und Polylinien in Netze umwandelt. Aktiviert den Befehl, klicken wir auf das Objekt Konvertiert werden und bereit. Wir haben die Konvertierung abgeschlossen. Wir können die Glättung des Netzes mit dem Befehl mehr Glätten erhöhen und mit dem Befehl weniger Glätten verringern. Beachten Sie. Wie wir bereits gesehen haben, bestehen Netzobjekte aus mehreren Unterteilungen oder gezackten Glättungen, die editierbare Flächen definieren. Jedes Gesicht besteht aus darunterliegenden Facetten. Wenn wir die Glätte erhöhen, erhöht sich die Anzahl der Facetten, um ein glatteres und abgerundetes Aussehen zu geben. Hier sind einige Beispiele für Soft-Level-Netze im Bereich von 0 bis 4. Beachten Sie jedes ausgewählte Netz und seinen jeweiligen Grad an Glätte, in der Palette der Eigenschaften. Standardmäßig weist die Nullstufe keine Glätte auf, und Stufe 4 ist der höchste verfügbare Glättegrad. Wir können von 0 Grad der Glätte auf Ebene 4 durch die Eigenschaften ändern. Beachten Sie. Sehen wir uns nun den Befehl Mesh-Refine an, der die Anzahl der editierbaren Flächen multipliziert, die in Mesh-Objekten oder ausgewählten Flächen vorhanden sind. Er ermöglicht es uns, eine Feineinstellung des Objekts durchzuführen. Sie können die feine Passform jedes Netzes vornehmen, das eine Glätte von ein oder mehr hat. Wir werden ein Netz mit Level 4 glätten und es weiter refinanzieren. Wir lösen Mesh-Refine aus, wählen das zu verfeinernde Objekt und drücken Sie Enter, um zu bestätigen. Sehen Sie, wir haben das Objektnetz mit verbessertem Aussehen, aufgrund der feinen Passform durchgeführt. Jetzt passen wir nur eine Unterfläche des Objekts an. Wenn der Befehl Mesh-Refine aktiv ist, drücken wir die Steuerung-Taste und klicken auf die zu verfeinernde Unterfläche. Wir drücken Enter und sehen das Ergebnis. Wir haben eine raffinierte Subface, die andere Möglichkeiten der Bearbeitung des Netzes ermöglicht. Erinnern Sie sich, dass höhere Glättungsstufen nach der Feinabstimmung zu einer größeren Anzahl von Flächen führen. Wir haben in dieser Klasse gesehen, wie man Objekte in Netze umwandelt, und wir lernten, wie man Maschen glättet und verfeinert. Das sind die accuracy, dass das Video oder Plätze dabei eines als dasselbe-idemALL towers durchgeführt. Vielen Dank.